Seit 2015 gelten verschärfte Regeln bei der elektronischen Buchführung. Die Finanzverwaltung hat mit dem GOBD ein neues Regelwerk zur elektronischen Buchführung erlassen. Alle Selbstständigen sowie Unternehmer müssen nahezu alle Geschäftsvorgänge wie zum Beispiel Finanzbuchhaltung, Material- und Warenwirtschaft, Lohnabrechnung und Zeiterfassung GOBD konform erfassen. Geschieht dies nicht, kann das Finanzamt per Betriebsprüfung und Steuerschätzung hohe Steuernachforderungen stellen. Wir haben die Lösung mit OptiTax. OptiTax hilft Ihnen bei der GOBD konformen Dokumentation Ihrer Geschäftsvorgänge. So sind Sie glücklich und das Finanzamt.